Ich hab ja ein bisschen Respekt. Okay. Hier die reißen unser Zelt um. Streichel sie mal. Der hat so einen Lockenkopf wie du. Die hat doch so einen Hunger wie du. Streichel sie mal. Nicht, dass es noch in den Angriffsmodus übergeht. Da versuchst du mal umzuschubsen. Nein. Warum nicht? Du sollst nur mal kurz die braune schubsen. Du bist doch der mit den 100 Meter Sicherheitsabstand. Ja komm, schubst du weg. Oder fragst du mal, was es hier so für Sehenswürdigkeiten gibt. Die frisst unser Zelt. Ich sag's dir. Wenn du wieder kommst, ist das Zelt weg. Die sind überhaupt berflos. Nicht so richtig. Verdammt. Ja. 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 Ja.